Yo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. So Leute, ich hoffe alles ist fit bei euch, ich hoffe euch geht's gut. Ich werde jetzt hier gleich erstmal die Schalkerkisten ausräumen. Ich wollte auch gleich als kurze Info am Anfang des Videos sagen, ich nehme jetzt 90 FPS auf. Ich weiß nicht, ob man das merkt, aber ich habe mir letztens mal ein Video von mir angeguckt. Irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas hat mich daran so gestört. Irgendwie habe ich die ganze Zeit Ruckla gesehen, ich weiß aber nicht warum. Weil eigentlich sind da glaube ich auch gar keine Rucklaute, es ist auch eigentlich auf 60 FPS ganz normal gerendert, ganz normal aufgenommen. Es müsste eigentlich komplett flüssig aussehen, saß aber irgendwie nicht. Und jetzt habe ich mal auf 90 FPS aufgenommen oder nehme jetzt auf 90 FPS auf. Und guck mal was da rauskommt. Leute, ich würde sagen, ich räume das jetzt hier aus, wir sehen uns gleich am kurzen Schnitt wieder. Und danach werden wir heute die Creeper-Farm bauen. Ich bin schon richtig hyped, bis gleich Leute, bis gleich. So Leute, ich habe jetzt hier alles einmal eingeräumt. Hier sind fast unsere Kisten alle voll, hier auch. Hier sind alle Trashkisten, also hier ist wirklich alles voll, bis auf die letzte, die hier und die hier, die sind nicht voll. Der Rest ist wirklich komplett voll. Ich habe jetzt hier, wie ihr seht, schon meinen ganzen Stuff zusammengeformt. Ich werde euch unten das Tutorial verlinken, was ich für die Farben benutze. Ja, hier sind alles von Holz bis hin zu den Blöcken, die wir brauchen. Von dann den Teppichen und den Falltüren, die wir brauchen, zu dem Glas, was wir auch noch benötigen. Der Rest sollte eigentlich nicht allzu schwer sein. Wir müssen nur noch eine kleine Minecart-Station-Bahn bauen. Das Einzige, was ein riesiges Problem wird, also wirklich, was ein riesiges Problem wird, werden die Katzen sein. Ich denke mal, ich mache das irgendwie über den Äther. Aber ich würde sagen, wir fliegen jetzt erstmal los. Denn ich muss jetzt erstmal irgendeine Position finden, die über dem Ozean ist. Am besten ein bisschen weit weg von unserer Base. Über einem sehr tiefen Ozean, denn Mobs spawnen 128 Blöcke in einer coolen Form um mich herum. Und deswegen wäre eine Farm über dem tiefen Ozean auf Höhe 100 irgendwo, Höhe 200 zum Beispiel, können wir anfangen zu bauen und dann nach oben hin. Sehr gut, weil dann können einfach unten keine Mobs mehr spawnen und wirklich ausschließlich die Creeper können spawnen, wo halt die Farm dann ist. Und hier sieht das doch alles schon sehr gut aus. So Leute, das hier wird der Punkt, wo im Prinzip die Farm jetzt anfangen wird. Ich werde auf Höhe 190 anfangen, die Farm zu bauen. Also ich stack mich jetzt hier hoch und auf Höhe 190 werden wir die dann anfangen. Und ja, ich werde jetzt hier anfangen, einfach die Plattform zu bauen, die Creeper-Farm zu bauen. Ihr werdet davon wieder viel sehen, denn ihr werdet jetzt eine Kamerafahrt bekommen. Das wird hier jetzt einige Zeit in Anspruch nehmen, also wird die Kamerafahrt wahrscheinlich auch sehr, sehr nice. Kann ich mir vorstellen, dass das richtig geil jetzt aussehen wird. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, wir sehen uns danach gleich wieder. Bis dann und ja, viel Spaß mit der Timelapse. Bis dann. Das war's my love Want a drink to dump in the air To run back to you and lay down Make me your world I've been walking a thousand miles The only thing on my mind is your name Giving me hope in a time where I'm hopeless And I can't believe that you took that away Lately conflicted, I'm addicted to these games we just play Cause no matter how big your wardrobe It just seems you won't change Endings round around and we go You're living your life but it's only a show You're hitting the parties, you're hitting that drill But it's only me that I truly know Telling you stop, you're like leave me alone Calling me up when I'm on my phone Saying you're drunk and got no right home Is this really the way we have grown? I'm just sick of all these uncertainties Of where this is headed All these back and forth emotions I don't think that we'll get it But when the sky is full of fire And this earth is in pearl You're the only girl I follow to the edge of the world I wanna walk to the edge of the world Das ist jetzt nicht Nicht passiert Fuck Ich Ich land ganz normal mit dieser Elytra Und sterbe einfach Und das Problem ist Das ist richtig, richtig weit weg Und ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll Doch! Oh mein Gott, oh mein Gott Wir haben Glück Wir haben so Todesglück Wir haben so Todesglück Bitte Ich schaffe das in 5 Minuten dahin, oder? Oh mein Gott Wir müssen uns Ich hätte mir ein Boot machen sollen Oh mein Gott, wir müssen uns beeilen Bitte, bitte Despawn nicht Es ist so dämlich Ich bin vorhin genau so schon mal gestorben Da habe ich es euch aber nicht gezeigt Weil ich da mein Stuff direkt wiederholen konnte und so Aber ich lande ganz normal mit der Elytra Ich habe das ja nicht aufgenommen Tut mir leid Leute, dass ihr es nicht sehen könnt Ich lande ganz normal mit der Elytra Und bekomme so ein Todesfall Damage WTF Ich wollte gerade hier ein bisschen Sand farmen Weil halt unser Glas leer ist Und ich deswegen, dass da oben die letzten drei Etagen gerade mega Probleme habe Die fertig zu stellen Also wirklich, holy shit Das kam wie aus dem Nichts Ich bin aufge... also bin gelandet Und es war einfach da Wow, okay Ja, wir haben unseren Stuff Ich würde sagen, viel Spaß weiter mit der Timelapse Das ist jetzt, ist jetzt das Stück Bis gleich Bis zum nächsten Mal So Leute, und damit begrüße ich euch aus der Timelapse zurück. Wir sind jetzt während der Timelapse tatsächlich zweimal gestorben. Ist jetzt auch wieder, keine Ahnung, zwei Stunden oder was haben wir jetzt hierfür gebraucht. Und ihr seht es, wir haben es fertig, ich habe es auch in der Timelapse gesehen. Das Einzige, was jetzt auch fehlt, weswegen da auch noch die Fackeln sind, sind die Katzen. Und einmal muss noch das Neta-Portal synchronisiert werden im Neta, weil da komme ich vollkommen falsch raus. Das zeige ich euch gleich. Und dann müssen wir noch so eine kleine Auffangbasis für den ganzen Gunpowder machen, was hier auch liegt. Hier liegt ja jetzt schon eine ganze Menge und da ist bisher nur eine Etage oben aktiv und die Katzen sind wie gesagt noch nicht da. Also ich denke, das wird schon krank effizient. Wir haben jetzt hier elf Etagen statt zehn gemacht und der Comparator fehlt noch für die Auffangstation, die ist da drüben. Das zeige ich euch aber alles in der nächsten Folge. Dann bauen wir auch so eine kleine Auffanghalle im Prinzip, ein kleines Lager hier für den ganzen Gunpowder. Und ja, das machen wir alles in der nächsten Folge. So, jetzt zeige ich euch mal, wo wir im Neta rauskommen, denn wie ihr seht, kommen wir bei unserem ganz normalen Portal raus. Also wirklich bei unserem ganz normalen Neta-Portal, was halt komplett falsch ist, was auch umsynchronisiert werden muss unbedingt. Denn wenn wir hier jetzt wieder reingehen, kommen wir einfach wieder zu Hause raus. Es ist irgendwie ganz verwirrend, aber das muss ich dann halt machen mit den Koordinaten und so kriege ich das, denke ich, ganz schnell hin. Sollte auch nicht eine zu große Arbeit sein. Denn das Einzige, was halt schwer wird, wird die Katzensammlerei, also ich will zwei Katzen zähmen und die halt dann durch den Neta im Prinzip rüberbringen. Ähm, drüben vermehren wir die einfach zu elf Katzen und dann müssen wir die mit Minecarts da hochfahren. Also das wird echt kompliziert. Das wird wie hier bei der, bei der Villager-Farm, weil das war genauso eine komplizierte Kacke. Aber ja, wir haben einiges geschafft. Der Rest kommt nächste Folge, aber nächste Folge kann ich sie dann auch benutzen, dass wir wirklich unendlich viel Gumpel haben, dass ich vielleicht auch mal ein bisschen was mit TNT machen kann. Ähm, ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das mit den 90 FPS findet. Merkt man da einen großen Unterschied oder nicht? Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann wieder in drei Tagen um 17 Uhr. Bis dann und ciao. Hey Leute, hier ist wieder der Villager aus dem Schnitt. Hi, hi. Ähm, ich habe gesehen, dass das Video ein bisschen kurz ist und deswegen habe ich mich nochmal hingesetzt und habe einmal die Katzen gefahren bzw. gefangen. Ne, dann ist mir aufgefallen, jo, ich brauche dafür ja ein paar Fische. Und dann habe ich gleichzeitig nochmal ganz schnell, wie ihr hier jetzt gerade seht, automatische, in Anführungszeichen, AFK-Fischfarm gebaut. Und ja, dann habe ich die Katzen gefarmt und das seht ihr jetzt. Viel Spaß. Komm her, kleine Maus. Na, na, guck mal, was ich habe. Nein, 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 komm her. Komm her. Hallo. Nein, bitte. Da, nimm. Mietz, 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 Mietz. Ja, da, Fisch. Ja, Mietzi. Ah, haben wir endlich eine. Jetzt brauchen wir nur noch eine andere. Oh, die schnurrt sogar, hört mal. Die schnurrt einfach sogar. Oh, Mietze. Mietze, Mietze, Mietze. Ach, die zweite endlich. Ich laufe hier ungelogen, glaube ich, jetzt 20 Minuten rum. Komm her. Nein, 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 nein. Beruhigt. Oh. Oh, die wollte aber jetzt richtig, du. Komm mit. Komm mit, wisch dann nicht zu der anderen. Und in der nächsten Folge geht es dann auf, dann werdet ihr schnell transportiert. Und dann machen wir Kinder mit euch und dann geht es ab zu den Creepern. Das sieht schon süß aus, oder? Das ist einfach unsere Family, Leute. Unsere Family. Untertitelung des ZDF für funk, 2017